Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Wir haben jetzt eine ganz besondere Sendung für Sie, ganz kurzfristig eingeschoben und es geht um mein Wohlfühlgefühl der ganz besonderen Art und Weise. Es geht um diese Überraschung hier. Sie können sich schon mal freuen und ich freue mich auf meinen Gast in dieser Sendung, natürlich unsere Produktexpertin aus dem Hauser Fairway, Ludi Spreyer. Ludi, schön, dass du da bist. Hallo Peter, ich freue mich auch, dass ich da sein darf. Du hast mir eine Art Geschenk mitgebracht. Es ist doch ein Geschenk, oder? Sozusagen. Ich bring dir fast immer Geschenke mit. Fast immer. Das ist der kleine Haken daran, liebe Zuschauer. Kennen Sie auch, liebe Männer, oder? Ach, manchmal schlimm. Aber, okay, du darfst es doch auspacken. Was ist es? Einfach mal, tata, Trommelwirbel. Achtung. Ja. Und? Peter, das ist was ganz Besonderes. Und zwar, das ist eine Fairway-Kuscheldecke. Eine Fairway-Kuscheldecke. Fühlt sich gut an. Haben Sie nicht mit gerechnet, oder? Eine Kuscheldecke aus dem Hause Fairway. Etwas ganz besonderes Kuscheln, Wohlfühlen. Ganz genau. Und gerade jetzt in der Winterszeit natürlich ganz, ganz wichtig. Aber die Decke, die ist so kuschelig weich. Egal, ob du jetzt halt eben in der Winterzeit oder auch so blaue Sommernächte, wenn du draußen auf der Terrasse sitzt, super, super schön weich. Ist ein Fellimitat. Wie so ein Nerd sieht das Ganze aus. Und von innen, vielleicht können wir es gleich mal zeigen. Halt mal kurz. Ja, dann mache ich den Deckel. Denn das gehört natürlich dazu. Also Geschenkset inklusive Deckel. Diese hochwertige Kartonage gibt es dabei. Ganz genau. Wenn du das auspackst, kannst du zum Beispiel sehen, wir haben immer das ganz toll eingepackt. Hier auch mit Schleife, mit Satin-Schleife. Das sieht super schön aus. Ganz, ganz edel. Das heißt, als Geschenk könnte man es sofort nehmen. Herzlichen Glückwunsch. Und das ist ja schön, jetzt, wenn die Zeit doch so kalt ist und die Leute frieren und vielleicht sagen, die Heizung hochdrehen, kostet direkt wieder viel, viel Geld. Das ist ein Geschenk, über das sich jeder freut. Mann, Frau, egal, welche Altersgruppe haben. Ich kann da die ganze Zeit drüber streichen. So reich ist das. Was ist denn das für Material? Ganz, ganz toll. Das ist ganz hochwertiges Polyester. Und wenn wir nachher die mal aufmachen, wir haben unten drunter, haben wir ein Polarvlies. Okay. Ist ganz edel gemacht, ganz kuschelig. Okay. Ui. Moment. So. Das macht mir immer, also ich packe so gern Geschenke aus. Kennen Sie das? Oder Sie? Ich finde es faszinierend. Jetzt öffnen wir sie mal zum ersten Mal. Premiere bei uns, absolute Premiere bei uns. Guck dir das mal an, wie edel das von unten, von der Unterseite her auch ist. Das ist hier nochmal gesteppt, weißt du, damit das nicht von innen her nochmal alles so verrutscht. Ach, das sind so zweilagige Decken, die verrutschen auch. Ganz genau. Dann hat man hier die kleinen Falten. Ganz. Könnte man auch ohne Probleme waschen, oder? Ja. 30 Grad nehme ich an. Ja, genau. Genau. 30 Grad. Feinwäsche nehmen, ja. Und hier, guck mal, selbst von innen. Ganz, ganz weich. Ganz edel. Das kann man hier mal auseinander. Wir können uns noch sehen, liebe Zuschauer. Und eins ist zum Beispiel auch super. Die Decke ist so groß, die ist 1,50 mal 2 Meter. Das heißt, wir können die auch, wir können die übers Bett legen. Wir können die... Als Tagesdecke zum Beispiel auch. Genau, als Tagesdecke. Du kannst die halt eben auch übers Sofa legen. Ja, die kannst du dir vor das Gesicht halten. Übers Gesicht legen, ich hab das schon verstanden. Ja, genau. Guck uns nochmal ganz genau an. Also, wenn wir nah rangehen, sehen wir hier, absoluter Wohlfühlfaktor. Warum? Ganz, ganz eng gewebt auch. Das ist ja eine schwere Qualität. Das kenne ich sonst nur aus den 4, 5 Sterne Luxushotels. Die bieten auch ab und zu so Decken an, die kann man dann kaufen. Kosten im Schnitt 139, 149 Euro. Jetzt ganz klar, was kostet bei Fairway diese Luxus-Wohlfühl-Kuscheldecke mit dem Polarvlies? Ja, das kostet sie. Ja, du wirst es nicht glauben. Aber statt 139, 149, wie es in den Luxushotels ist, ist unsere Luxusdecke 89 Euro. So, 89 Euro, das ist mal ein absoluter Kampfpreis. Wenn Sie zugreifen möchten, bitte jetzt gehen Sie ins Internet, besuchen Sie uns auf www.fairway.ch. Diese Decke gibt es in drei Farbausprägungen. Einmal dieses herrliche, was ist das so? Champagner, Luxus, Perlmutt, Perlfühl mehr. Ja, ich kenne mich auch. Ja, und dann haben wir noch einen leichten Sandton. Ah, auch toll. Genauso kuschelig. Ganz edel. Sand, Creme, Cremesand übrigens. Ja, gibt's das? Ab jetzt gibt's Cremesand, tolle Farbe. Und wir haben noch so ein Platin, ganz edles Platin-Grau. Richtig, das ist kein normales Grau, das sehe ich gerade, das schimmert ja in sich nochmal. Also wirklich so ein Platin-Grau. Auch natürlich mit der Geschenkschleife, auch in der hochwertigen Kartonage. Auch übrigens, das finde ich ganz wichtig, mit... Alles klar, Loli? Peter, ist das schön. Das kann ich Ihnen mal sagen und das verharte ich Ihnen jetzt. Ich habe das hier so locker über meine Beine gelegt und ich schwöre Ihnen, das ist schon richtig warm. Also wenn Sie wirklich so ein Friermensch sind und sagen, ich möchte mal gerne was richtig schön Warmes, Kuscheliges haben beim Fernsehen, beim gemütlich einfach nur ein Buch schmökern, aber man legt sich schön hin in den Sessel, dann die Decke so ein bisschen eingekuschelt. Peter, ich komme jetzt mal dazu. Das ist lieb, vielen Dank. Das ist doch ein nettes Kuscheliges. So, das war eine Zusammenarbeitung, wir gehen jetzt entspannt. Nein, ohne Witz. Also, wir zeigen Ihnen noch Folgendes. Farbausprägungen sind klar, drei mögliche Varianten, die Sie haben. Wenn Sie sich dafür interessieren, sollten Sie schnell sein, denn wir haben, das darf ich sagen, ich will Ihnen eine ganz begrenzte Stückzahl und es gilt zu 100 Prozent, wenn weg, dann weg. Also wir bekommen die auch nicht mehr nach, das heißt, wenn die jetzt ausverkauft sind, egal welche Farbvariante, dann bekommen wir die leider erstmal nicht mehr nach. Vorteil von der Decke ist definitiv, waschbar, pflegeleicht, hochwertigste Qualität. Vielleicht können wir uns auch mal hier... Du hast eben zum Beispiel gesagt, so einen schweren Charakter, weil die halt eben schön wärmt, aber die ist ganz, ganz leicht. Die ist halt eben ganz fein gewebt und ist leicht, kannst du auch zum Beispiel mit in Urlaub nehmen, mit ins Auto nehmen, etc., etc. und absoluter Luxus. Also wie gesagt, wenn du da drüber gehst, die ist wirklich riesig. Ja, ja, aber deshalb auch perfekt halt eben auch für übers Bett. Jetzt könnte ich aber, wenn ich sage, ich wende die einfach, weil die Rückseite, ich muss mal sagen, hier zum Beispiel, die finde ich ja super eben. Siehst du, wie das schimmert, changiert? Dieser Gold-Champagner-Look, den wir hier wirklich haben. Ich hoffe, Sie können das nachempfinden. Wir haben leider hier nicht die Möglichkeit, übers Internet Ihnen das haptische Gefühl nahe zu bringen. Vertrauen Sie uns aber wirklich. Es ist absolut fantastische Top-Qualität. Wir wären nicht fairway, wenn wir es nicht genauso Ihnen anbieten würden. Ja, auch wieder hier das Geschenkset auch, in dem schweren Karton hier, ganz, ganz edel, ganz toll verpackt. Hochwertige Kartonat. Wir haben zum Beispiel auch hier oben drauf, von wem es ist, für wen es ist, tolles Geschenk, egal ob zum Geburtstag, zu sämtlichen anderen. Ach ja, muss man nur noch einen Namen draufschreiben, von für in wahrer Liebe oder was auch immer. Liebe Herren, das wäre doch mal eine Idee, oder? Ich finde es ja so toll, wenn man, ob es Geburtstag ist, ob es Feiertage sind, ob es ganz besondere Anlässe sind oder nur, sag ich mag dich, was mitbringen. Und wenn man zum Beispiel zu einer Party geht mit drei, vier Leuten, nicht immer einen Blumenstrauß, eine Flasche Sekt und vielleicht noch, weiß ich weiß, eine kleine geckige Überraschung, ist man auch 80 Euro los. Hier kann man für den kleinen Preis für 89 Euro ein Geschenk mitbringen, das wirklich komplett die nächsten Jahrzehnte hält, denn die Qualität ist so gut. Und worauf wir auch geachtet haben, wir haben die Farben so ausgewählt, dass die wirklich in jede Wohnung reinpasst. Ja, also wirklich ganz tolles Home-Dekor, von Farben her, passend für alle, alle Möbel-Einrichtungen-Stil, ganz toll. Ich gewöhne mich dran, Sie merken das gerade. Wärmt wirklich klasse, kuschelig weich, wie gesagt, waschbar, das heißt sehr haltbar. Jetzt muss ich sagen, hier ist natürlich auch noch eine hochwertige Arbeit drin, das ist auch wie eine kleine Steckung schon fast. Man sieht ja dieses Muster, so ein bisschen Fischgrätenmuster. Genau, ja, so diese Fallgeschichte, das ist wie Fairway. Das ist eine gute Variante, oder? Wie Fairway. Der faire Weg, den wir Ihnen geben, ist, dass Sie jetzt zugreifen können, wenn Sie möchten. Ich kann Ihnen nur wirklich, oder wir können Ihnen wirklich nur den Rat geben, machen Sie das schnell, warten Sie da nicht zu lange, denn wenn weg, dann weg. Und ich kenne das selber, und du bestimmt auch, Ludi. Vor allen Dingen, wenn man sich auf eine Farbe eingeschossen hat, dann halt eben wirklich ganz schnell. Man geht also im Geschäft vorbei irgendwo und sagt, das ist eine tolle Jacke, toller Mantel, was auch immer, möchte ich mir gönnen, hole ich mir auf dem Rückweg. Und auf dem Rückweg kommen Sie vorbei und leider schon weg. Hier zugreifen, alle drei Farbvarianten nochmal ganz kurz aufgezählt. Ganz genau, wir haben den ganz edlen Champagnerton, wir haben den Sandton und wir haben den Platin-Grauton. Genau, alles edle Varianten. Vielleicht kommen wir da auch nochmal kurz raus und gucken uns doch mal an, wie da auch die Unterseite aussieht. Moment, ich mache hier mal ein bisschen Ordnung, denn Männer sind ja sehr, sehr ordentlich, obwohl, so. Also hier auch, ich finde alleine schon, wie das Ganze verpackt ist, wie edel, wie toll, wie gesagt, auch die Idee mit dem Namen von wem, für wen. Die Kamera, kann man also ganz kurz eintragen. Ganz edel gemacht. Hochwertig gearbeitet, auch mit der Schleife hier, kleines Seitenband. Finde ich nicht ganz unwichtig, haben Sie ja ein sofort sorgloses Paket. Und die Innenseite gucken wir uns vielleicht auch nochmal kurz an. Sollen wir hier auch nochmal aufmachen? Ja, machen wir auch auf. Als Geschenk machen wir es natürlich später wieder fein zusammen, damit Sie nur was schön verpacktes kriegen. So, schau auch hier. Die Farbtöne, die sind, die Farbtöne sind so edel abgepasst. Toll. Die Unterseite, das Polarvlies, ne? Das changiert auch, wenn der da drüber ist. Polarvlies, also ich sehe etwas kürzer gearbeitet, aber eben ganz, ganz dicht. Also es sind ja wirklich, es gibt diese Einheit, wie viele Fäden pro Quadratzentimeter brauchen wir hier gar nicht. Das sind Millionen hier feinster Poliester Pärchen, sage ich mal, die wunderbar wärmt. Pflegeleicht, wärmt, drei tolle Farbkombinationen. Ich würde sagen, wir kuscheln uns noch ein bisschen mit unseren neuen Lieblingsdecken ein. Sie können das bald auch machen. Beeilen Sie sich, wie gesagt, Bestand ist begrenzt. Und dann wünsche ich Ihnen viel, viel Spaß beim Schenken und vielen, vielen Dank, liebe Ludwig, dass du uns diese tolle Geschenkidee mitgebracht hast. Sehr gerne. Und eine darfst du behalten. Hurra, dann nehme ich, ich entscheide mich noch. Bis später, bis zur nächsten Sendung. Schön, dass Sie dabei waren. Tschüss.